Na komm. Gut, der Rest zieht sich jetzt wieder ein bisschen. Jawohl, Sir! Oh, nix. Okay. So, mehr Manteln des Schweigens, Blocks. Der könnte auch mal drauf halten. Nur so ein bisschen. Okay, das hat sich dann wohl erübrigt. Der tut niemandem mehr was. Und does that work? Jawohl, Sir! Röcher auf! I don't think that works pretty well. So, wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Ohne Ende. Und dann können wir nach da oben tingeln. So, mit Mantel des Schweigens können wir auf jeden Fall mal ein bisschen mehr von der Map erkunden, weil wir werden ja nicht gesehen, ne? So sieht's aus. Hier könnte man natürlich noch so einen Obelisten hinbauen später. Oh, komm, wir gucken jetzt erstmal, was hier so überall ist. Denn wir werden nicht gesehen. Is it? Röcher auf! Remastered works awesome. Okay. Red Alert is included in the Remastered Collection Zone. So, doesn't matter to me. Oh, komm mal da. Röcher auf! Okay. Da wird ein Luftangriff ausgeführt. Fuck! Nicht cool. Wahrscheinlich aber auch nur auf die Einheiten. So, you thought that would be everything, eh? Fuck you. Fuck you. Flux. Wir brauchen Flux. Gut. Bitte einmal hier sammeln. Und Repairn. Ich habe vergessen. Ja, das ist ja nicht so gut. Jawohl, Sir. Geldmittel unverreichend. Da kommen sie schon wieder. Okay, wir müssen auf jeden Fall reparieren. In the name of your mom. Nicht angreifen. Fuck. Don't do that. Oh Gott, das war knapp AF. Come on. Geld her. Fuck me. Komm schon, komm schon. Kohle her. Reparatur Luft. Jawohl, Sir. Boom. Okay. Das war nice. Jawohl, Sir. Ordnung. Der Welt ist an meinen Fingertipps. So, jetzt spüren wir erstmal alles aus hier. Okay. Okay. Oh Gott, der Stress. Oh Gott, der Stress. Verstärkung. Okay, da ist auf jeden Fall mal noch ein Mammut. Verstärkungen sind eingetroffen. Alright, hier geht es schon mal nicht weiter. Dann sammeln wir uns erstmal da. Wo ist der Panzer hin von denen? Ah, der fährt hier im Kreis. Warum auch immer. Jawohl, Sir. Recher auf. No mercy indeed. Jawohl, Sir. Ja, kacke, der Panzer kommt schon wieder. Ich glaube. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Recher auf. Den müssen wir irgendwie loswerden. Und den müssen wir irgendwie loswerden. Aber ich fahre jetzt erstmal irgendwie Richtung Base. Recher auf. Ja, da ist er gut am Kriegs. Oh no. Okay, gehen wir da lang. Ja, das wird nochmal eine komplette Welle, wie es aussieht. Oder whatever das werden soll. Verstätigt. Recher auf. Jo, man kann es halt auch echt übertreiben, oder? Wo fahrt ihr denn rum? Geldmittel unzureichend. Ich weiß, danke. Recher auf. Recher auf. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Verstätigt. Recher auf. Ist rein? Verstätigt. Okay, cool. Jawohl, Sir. Verstätigt. Wow. In Ordnung. All right. Uah, wie viele Einheiten haben die denn da? In Ordnung. Recher auf. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Mit Mammut angreifen sollten, haben wir echt ein Problem. Verstärkungen sind eingetroffen. Reparatur läuft. Wo sind Verstärkungen eingetroffen? Ach so. Ja, da. Natürlich. Jawohl, Sir. Recher auf. Also das mit dem Ernten dauert immer noch viel zu lang, ne? Wir stoppen. Wir sind zu schwach gegen die. Können wir den Zugang verschränken? Zu ihrem eigenen Stuff? Eigentlich schon. Mit dem wir hier oben zumachen, ne? Wäre möglich. Dauert aber. Ewig. Konstruktion fertig. Okay. Ah, von hier an. Okay. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Das wird teuer. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Welche Taste ist denn das? Gar keine. Super. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Seriously. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Ja, das macht keinen Sinn, oder? Konstruktion fertig. Bis ich da oben angekommen bin. It's game over, man. It is. Alter. In Ordnung. Bye. Alles klar. Versteht dicht. Alles klar. Ähm. Obelisk. Abgebrochen. Wird gebaut. Weil. Warum nicht? Vivi, hello. Okay. No. You can't run it then. That's true. Right there. Guess what sucks. Wo ist der Mammutpanzer hin? Ah, da. Okay. Und da kommt schon wieder ein fucking Airstrike. Reparatur läuft. Oh, das überlebt er nicht. Unsere Basis wird angegriffen. Uh, gerade so. Okay. Sweet. Wird gebaut. Jawohl. Ciao. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Nur mal präventiv und danke für dein Like. Yeah, I thought they weren't that great. I think. Unsere Basis wird angegriffen. Reparatur läuft. Damn. Bill. Nächster, bitte. Jawohl. Zerr. Böcher auf. Jetzt warten sie, bis sie an der Reihe sind, gesmacht zu werden, ne? Bobbys. Boom. Oh, der kommt dran. Hatten wir leider nichts gebracht. Unsere Basis wird angegriffen. Jawohl. Ja, aber nehmen wir lang. Ah, da kommt noch ein Panzer. Jawohl. Okay, der kommt. Oh, shit. Repair. Reparatur Luft. Jawohl. Geldmittel unzureichend. Der wird gleich beschäftigt sein. Bestätigt. So, taktisch. Taktische Führung for the win. Und keine Reparatur. Ja, ich sehe schon. Müsste aber echt mal schnell da ran. Guckt doch mal, wie viel Schmuh die da haben. Das gibt's doch gar nicht. Schmuh die du. Irgendwie muss ich die Neube rennen. Ja, das geht ja aber gar nicht. Aber erst mal soweit kommen. Wir verdienen viel zu langsam Geld. Das ist hier echt ein Problem. Look at it. Aber gut. Ja, beobachten wir die halt mal. Mann, Mann. 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 Die haben's viel näher, ne? Na, hier ist auch noch die Berium. Na dann. Jawohl, Sir. Jo, handelt mal schneller, Sir. Weil. Wir haben immer noch das Problem, dass wir noch nicht immer ansatzweise eine Armee hätten, die es mit denen aufnehmen könnte. Weil die so langsam sind, die Bobbys. Komm, mehr Soff. Strom, Strom, Soff. Aber nur, weil wir einen Riesenumweg fahren müssen. Geldmittel unzureichend. Na klar. Surprise. So, das nächste Mal, wenn sie hier vorbei wollen, kriegen sie es von hier besorgt. Und dann. Komm, Obelisk. Profalde. Obelisk. Der zieht 150 Strom, die wir locker haben. So, jetzt geht's weiter. Konstruktion fertig. Reparatur läuft. So, Cell. Cell. Smell. Und jetzt können wir wieder Panzer bauen. Wird gebaut. Bullshit. Ich baue erstmal noch einen Sammler. Damit der Spaß hier mal schneller vonstatten geht. Beziehungsweise. Gestoppt. Abgebrochen. Eine gottverdammte Raffinerie. Haben wir noch 30 Strom? 35. Ja, haben wir. Aber das ist hart an der Grenze. Ach, komm, die spielen sich schon ein. Machen wir noch einen Sammler. Ähm. Ah, ich dachte gerade, der kommt hier her. Aber nein. Und die haben auch irgendwann noch so ein blödes Helipad, ne? Die Säcke vom Dienst. Ob wir das noch fertig gebaut bekommen, ist natürlich eine andere Sache. Aber ja. Es wird, es wird. Ist auch eine Kackmission, ganz ehrlich. Geldmittel unzureichend. I know. Thanks. Game. Da oben der Panzer ist weg, ne? Okay. Sieht eigentlich ganz gut aus. Abwarten. Gong. Musik. Musik Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020